In diesem Video sorge ich dafür, dass du den allergrößten Lernfehler nicht machst, den alle anderen machen und wie du endlich ohne Ablenkung lernen kannst. Was geht ab Abiturathleten? Mein Name ist Leo Eckl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abi-Prüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Und heute werden wir über den aller, 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 ich kann nicht genug betonen, den allergrößten Lernfehler, den einfach jeder macht, sprechen. Und ich werde dir helfen, wie du eben ohne Ablenkung lernen kannst, weil Ablenkung ist der aller, allergrößte Fehler, den alle machen. Wenn du abgelenkt bist, dann kannst du nicht lernen. Unser Kopf ist nicht für Multitasking gemacht. Unser Kopf kann sich immer nur auf eine einzige Sache konzentrieren. Und selbst wenn wir zwischen Sachen hin und her wechseln, dann kostet es jedes Mal so ungemein viel Energie, von der einen Aufgabe zur anderen Aufgabe zu gehen und dann wieder zurück. Die eine Aufgabe ist meistens einfach dein Lernen, was du eigentlich machen möchtest. Und die andere Aufgabe ist dann beispielsweise auf dein Handy schauen oder deine Eltern kommen rein oder sonst irgendwas und das ist einfach nur Ablenkung. Und all diese Sachen wollen wir eliminieren. Das ist aber oft nicht so leicht. Und deswegen werden wir heute besprechen, wie wir es schaffen, dass wir all diese Ablenkungen einfach wegbekommen, wenn wir gerade effektiv lernen wollen. Weil dann machen die Lernsessions auch viel mehr Sinn, bringen dir viel mehr und schlussendlich auch dein Traumzeugnis. Die Nummer 1 Sache, die ich gerade schon angesprochen habe, ist einfach das Scheiß-Handy. Ja, wenn du lernst, pack dein fucking Handy weg. Ich kann es wirklich nicht anders sagen, pack dein fucking Handy weg. Haus in Flugmodus, das ist Stufe Nummer 1. Und nein, leg es auch nicht neben dich. Leg es auch nicht neben dich. Du musst da wirklich radikal sein, sonst wird es nicht hinhauen. Aber du machst es am besten so. Du schaltest es aus und packst es in ein anderes Zimmer. Das ist die absolute Höchststufe. Wenn du das machst, kannst du dir sicher sein, dass du nicht zu deinem Handy gehen willst. Weil du wirst nicht mehr hinter der Lernsession aufstehen, in ein anderes Zimmer gehen, da auch dein Handy anschalten. Das macht keinen Sinn. Aber wenn du es direkt neben dir hast und am besten auch noch diese LEDs hast, wo die ganze Zeit dir nachkommt, vergiss es, dass du effektiv lernst. Vergiss es einfach. Deswegen mach am besten die allerhöchste Stufe, wenn du sagst, es ist dir aus irgendeinem Grund so krass, dann empfehle ich dir die Sache, die ich oft gemacht habe. Flugmodus und dann beispielsweise unter deine Matratze, unter deine Decke oder sonst was. Das heißt, dass du nichts hörst, dass nichts angezeigt wird und dass du auch grundsätzlich dein Handy selber gar nicht siehst. Weil das ist auch ein großer Fehler. Viele denken, okay, wenn ja nur nichts blinkt, dann gehe ich da ja nicht hin. Aber unser Körper und vor allem unser Kopf ist einfach schon gewohnt. Deswegen, dieses Ding sehe ich da hingehen kann. Ich kann das aufmachen und dann kommt einfach Dopamin, weil ich eine Nachricht reinkomme und so weiter. Und das ist einfach immer interessanter als Lernen. Deswegen packst du unbedingt, unbedingt aus deinem Sichtbereich raus. Tipp Nummer zwei, habe wirklich nur die nötigsten Dinge auf deinem Tisch. Wenn du so viele Sachen um dich herum hast, das ist vielleicht nicht eine Ablenkung im Sinne von, dass du unbedingt dahin greifen willst, aber es ist einfach eine mentale Ablenkung. Ja, wenn du einfach nur dein Blatt und deinen Stift und vielleicht dein Buch hast, dann machst du einfach das. Dann machst du einfach das. Aber dein Kopf kann sich auch voll darauf konzentrieren. Es sieht nicht außenrum noch hunderttausend Sachen, die es auch anzuschauen gäbe. Und ich bin wirklich ein Chaot, okay, ich bin wirklich ein Chaot. Und mein Tisch hat teilweise so, so schrecklich aus. Aber auch ich habe dann zumindest, wenn ich gelernt habe, nicht zwangsläufig meinen ganzen Tisch weggeräumt und aufgeräumt, dafür war ich viel zu faul. Aber ich habe zumindest alle Sachen so weit weggekehrt, dass ich so einen halben Meter links und rechts einfach frei hatte. Und ich wusste, dass wenn ich einfach so auf das Platz schaue, dass ich nur meinen Platz sehe und sonst immer im Sichtradius nichts ist. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Tipp Nummer drei, du musst unbedingt alleine lernen. Lerngruppen können beispielsweise Sinn machen. Ich bin persönlich nicht mal so ein großer Fan davon. Aber das Allerwichtigste ist wirklich, dass du nicht lernst, wenn irgendein Freund mit dir labern will. Vor allem auch, wenn du gerade in der Schule lernst. Such dir einen anderen Raum, such dir einen anderen Platz. Hock dich auf den Boden, keine Ahnung was, aber Hauptsache du bist alleine. Und wenn du daheim lernst, ganz wichtig ist, dass sich deine Familie nicht stört. Egal ob Geschwistern oder Eltern. Sag denen allen, hey, wenn ich in meinem Zimmer sitze, dann lerne ich. Was ich beispielsweise gemacht habe, ich habe mir so kleine Schildchen gebastelt, das habe ich mal in die Tür geklebt, immer dann, wenn ich in einer Lernsession war. Und ich habe meinen Eltern gesagt, wenn nicht gerade das Haus brennt oder irgendjemand stirbt, dann bitte stört mich nicht. Und es hat meine Effizienz und Produktivität so krass gesteigert. Das war einfach unnummer. Ich sah einfach da, hatte den vollen Fokus und habe einfach durchgemacht. Und das hilft so viel mehr. Und das ist dann übrigens auch der entscheidende Punkt, wo viele sagen, dass man auf den letzten Drücker nicht mehr so viele gute Noten schreiben kann. Ich habe auch vieles noch, trotz meiner sehr guten Abiturergebnisse, vieles auf den letzten Drücker gemacht. Vielleicht einfach nur fünf Tage vorher oder eine Woche vorher. Maximal, hatte ich vielleicht zwei Wochen vorher gemacht. Aber ansonsten war es echt ziemlich knapp teilweise. Aber es geht ja auch nicht darum, wie viele Stunden du lernst, sondern es geht darum, wie viel du verstehst. Und wenn du einfach doppelt, dreimal, viermal, achtmal so effektiv lernst wie andere, dann brauchst du natürlich auch weniger Stunden. Und ich sage euch eine Sache. Fünfmal so effektiv zu lernen wie der Durchschnitt, ist noch nicht mal so eine krasse Challenge. Weil so viele einfach immer an ihrem Handy hängen, es kommen Leute rein, es denken über andere Sachen nach oder sonst was. Und das mit dem Nachdenken gleitet auch gleich zu Tipp Nummer vier übrig. Ja, das ist so ein kleiner Bonustipp, den einfach niemand auf dem Schirm hat. Wenn du lernst, dann kannst du natürlich dein Handy wegpacken. Du kannst natürlich Sachen auf dem Schreibtisch wegpacken und so fokussiert erlernen. Und du kannst natürlich auch dafür sagen, dass du alleine bist und dass niemand in dein Zimmer kommt. Aber das Ding ist, du wirst immer mit deinem Kopf sein. Ja, weil mit deinem Kopf brauchst du ja schließlich, um zu lernen, brauchst du, um zu denken, brauchst du, um die Aufgaben zu lösen. Aber gleichzeitig ist unser Kopf auch oft eine ganz, ganz große Ablenkung selber. Ja, einfach nur dadurch, dass wir oft nachdenken über andere Dinge. Oh, was mache ich später, was war gestern? Und da hilft einfach nur Meditation. Meditation ist ganz, ganz entscheidend. Wenn du lernst, an mir da zu sitzen, deine Gedanken zu kontrollieren und dich auf den jetzigen Moment zu fokussieren, dann wirst du einfach so viel konzentrierter arbeiten können. Und du wirst, wenn du die Aufgabe machst, wirst du die Aufgabe machen und nicht gerade darüber philosophieren, warum der Himmel blau ist oder was weiß ich alles. Und deswegen ganz, ganz entscheidend. Ich empfehle jedem von euch Meditation zu beginnen. Ich werde vielleicht auch extra noch mein Video darüber machen. Aber es ist wirklich ganz, ganz entscheidend, dass du es schaffst, in der Sekunde, im Moment, dich genau auf die Sache zu fokussieren, die du jetzt gerade machen willst. Und das wird dir dann auch in den Prüfungen einfach ungemein helfen. Und jetzt abonniere mich mal. Kannst du die ganze Zeit immer nur Videos anschauen und nicht abonnieren. Abonniere mal. Und ansonsten freue ich mich natürlich hart darüber, wenn ihr mir was in den Kommentaren schreibt. Und alles, blöd, blöd, bekennt das YouTube-Spiel. Viel Spaß beim Weiterlernen. Ich glaube an euch, ihr werdet das Ding rocken. Euer Leo. Und das mit dem Nachdenken ist auch gleich der vierte Bonus-Tipp. Oder hatte ich schon fünf Punkte? Noch nicht die größte Ablenkung, aber so eine der subtilsten. Ja, eine, denn die man nicht... Brrrr.